Wie funktioniert eine Science Watch Party? In diesem Video erhältst du alle notwendigen Informationen, um an einer Science Watch Party teilnehmen zu können. Bitte melde dich auf Eventbrite zur Watch Party an. Dann erhältst du kurz vor der Veranstaltung einen Zugangslink für Zoom. In Zoom findet die Abschlussdiskussion statt und dort teilen wir auch den Link zur Watch Party. Damit das alles reibungslos funktioniert, wollen wir hier kurz erklären, wie du das von uns genutzte Watch Party Tool Teleparty installierst. Alles was du benötigst ist ein Netflix-Account und einen Computer mit dem Browser Chrome, Microsoft Edge oder Opera. Gehe auf die Website teleparty.com und gehe auf Install Teleparty, um zum jeweiligen App Store deines Browsers zu wechseln. Klicke dann auf Abrufen bzw. Add to Chrome und anschließend im Pop-up auf Erweiterungen zufügen. Nun hast du Teleparty installiert. Zum Starten von Teleparty klicke auf den Link, den wir im Zoom-Meeting am Veranstaltungstag teilen. Dieser leitet dich weiter auf Netflix. Klicke dann auf das Teleparty-Symbol neben deiner URL-Leiste oben in deinem Browser. Jetzt bist du der Watch Party beigetreten und hast die Möglichkeit, Fragen für die Anschlussdiskussion zu stellen oder mit anderen zu chatten. Du kannst Zoom während der Watch Party gerne laufen lassen, aber denke bitte daran, dich stumm zu stellen. Im Anschluss findet im Zoom-Meeting die ExpertInnen-Diskussion statt, wo du deine Fragen über den Chat oder auch verbal stellen kannst. Wir freuen uns auf eine spannende Watch Party und deine Beiträge.